Am 11. Spieltag der Verbandsliga konnte Dietmar Blicker erstmals wieder auf sie setzen. Kapitän Sebastian Weizel und Torjäger Dominik Salz, der Mann mit dem Helm. Unter Flutlicht hieß es für die KSC U23 Derby Time gegen den SV Waldhof Mannheim 2. Rund 390 Zuschauer ließen sich dieses Spektakel nicht entgehen und der KSC legte gleich munter los. Zähn ging raus für Male. Der mit dem Chipball zu Rupp. Rupp für Geller. Geller mit einem Schnittstellenpass, der kommt irgendwie durch zu Freddy Reckenwald. Doch der Waldhof kann erstmal blocken. Einwurf wenig später für Waldhof Mannheim 2 auf der rechten Seite. Der KSC kommt da dazwischen. Da ist Salz für Rupp. Rupp mit der Hacke zu Weizel. Der probiert es einfach mal. Und die abgefälschte Bogenlampe landet im Tor. Der Führungstreffer durch den 28-jährigen Rechtsfuß. Kann man mal so machen. Die Führung beflügelte den KSC. Das ist Bauer, der raus für Freddy Reckenwald. Kleine Körpertäuschung. Platz für die Flanke. Und die findet Marlon Dinger. Doch der Abwehrchef scheitert an Pomerin. Auf der Gegenseite mal die Gäste mit etwas Platz ausgestattet. Die erste Torannäherung. Allerdings keine Gefahr für Aki Koch. In der 41. Spielminute dann Weizel etwas zu kurz für Bauer. Der allerdings gut klärt. Geller pflückt ihn runter für Ines Zenguin. Und dann ein Spielzug zum Genießen. Der KSC über die linke Seite. Schön und schnell direkt gespielt. Rupp mit viel Platz im Zentrum ausgestattet. Und im Auge für Freddy Reckenwald. Freddy mit der Flanke für Sebi Weizel. Der Kapitän mit seinem zweiten Tor. Der KSC. Heute einfach die griffigere Mannschaft. Nächstes Beispiel. Balleroberung Geller. Und wieder ging es schnell. Rupp raus für Weizel. Weizel. Der Rückkehrer spielte ja bereits 2014 bis 2017 für die KSC Amateure in der Oberliga. Der Ball von Geller für Dominik Salz. Allerdings kann Pomerin entschärfen. Es war noch nicht der Tag von Torjäger Dominik Salz. Der auch in der nächsten Aktion wieder Pech hatte. Mahle, der zunächst den Ball verliert. Aber irgendwie dran bleibt. Weizel. Wieder ein Waldspieler dazwischen. Aber der KSC setzte immer wieder energisch nach. Noah Rupp für Salz mit links. Allerdings wieder nur zweiter Sieger im 1 gegen 1. Der arbeitende Vollblutstürmer mit dem Helm auf dem Kopf. Auch in der nächsten Aktion. Ballgewinn. Weizel. Da steht er allein vorm Tor. Allerdings verzieht er knapp drüber. In der 66. Spielminute war es dann soweit. Dominik Salz sollte seinen ersten KSC-Treffer kriegen. Mahle, Geller, Rupp. Das geht alles zu schnell für den Waldhof. Rupp für Salz. Und dieses Mal keine Chance für Pomerin. Und das ganze Team freute sich für den 37-jährigen Torjäger. Wir sehen in der Wiederholung. Es war kein Abseits beim Zuspiel des starken Schweizers. Und Dominik Salz markiert den 3-0-Endstandstreffer am Freitagabend. Die stimmen zum Spiel. Ja, ich bin sehr zufrieden heute mit den Jungs. Es war ein sehr zweikampfintensives Spiel gegen eine ganz junge, auch dynamische Mannschaft von Waldhof. Wir haben erstmal ein bisschen gebraucht, dass wir ins Spiel reinkommen. Wir haben natürlich davon profitiert, dass unsere beiden Mentoren wieder auf dem Platz waren. Nicht nur, weil sie die Tore gemacht haben, sondern weil eben auch andere dadurch besser glänzen konnten, sage ich mal. Es war insgesamt ein sehr, sehr aggressives Spiel. Ich meine, positiv aggressiv. Wir waren sehr zufrieden mit den Jungs. Wir haben sehr viele Zweikämpfe gewonnen, sehr viele Chancen rausgespielt. Also insgesamt wirklich ein guter Auftritt von uns. Also wir haben das umgesetzt, was wir uns heute vorgenommen haben. Giftig gegen den Ball zu sein. Vor dem Tor die Chancen zu nutzen und hinten nichts zuzulassen. Das ist uns ganz gut geglückt heute. Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass es eine super Teamleistung war, jetzt auch bei den Toren. Weil wir vorne gut in die Zweikämpfe gekommen sind, hohe Ballgewinne hatten. Und dann ist halt dieser Spruch, den man kennt, wenn man nicht aufs Tor schießt, kann man nicht treffen. Das Erste war ein bisschen glücklich. Das Zweite machen wir super, wo wir über außen durchkommen und Freddy eine klasse Flanke bringt. Und dann ist es nicht mehr ganz so schwer, den Ball reinzuköpfen. Ja, also die Spieler, die sowieso zum Kader gehören, haben ihre Leistung gebracht. Die verletzten Spieler, die wieder fit sind, haben eine gute Figur abgegeben. Aber auch die Spieler, die von oben runtergekommen sind. Also Noah Rupp, aus meiner Sicht wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Vor allen Dingen mit Ball auch gemacht. Robert Geller, Enes Zenkin, alle sehr bemüht. Und auch Bene Bauer, ein klarer Schritt nach vorne gemacht auch. Freut mich auch für die Jungs, dass sie jetzt in Ulm dabei sind. So soll es eigentlich in einem Verein laufen. Die Spieler kommen runter, holen sich Spielpraxis. Deswegen gibt es ja unsere U23 und da war das ein perfekter Tag. Der die Strategie vom Verein eigentlich nur unterstreicht.